Ich stelle mir vor, ich wäre schon tot. Aber bevor ich sterbe, lebe ich noch ein letztes Mal auf und laufe davon. Ich will heiraten, habe ich beschlossen. Hast du keine Angst? Ich könnte zum Beispiel die erste Frau heiraten, die zur Tür hereinkommt. Stell dir vor, ich habe jemanden kennengelernt. Er hat blaue Augen, breite Schultern. Er hat dieses gewisse Etwas. Endlich habe ich die Chance, den alten Seebären kennenzulernen. Ich habe nicht mehr von einem Seebären, wie sie von einer Wanderrate. Du magst ihn nicht, richtig? Du willst, dass ich deinen Verehrer mag? Du bist völlig verrückt. Ich würde einfach gern wissen, was sie den ganzen Tag tut. Und sie wollen es wirklich wissen? Manchmal weiß man es besser nicht. Es wäre schön, wenn das wirklich funktionieren würde. Ja, das wäre es. Es ist sinnlos zu warten, dass sich das Leben um dich kümmert. Du musst dich um das Leben kümmern. Sonst wird es dich bestrafen. Und ist es nicht das, was das Leben ausmacht? Eine Gnadenfrist zu bekommen und dann wieder eine? Ich bleibe bei dir. Gut, wenn du meinst. Gut, wenn du meinst. Gut. Untertitelung des ZDF, 2020